Musik Yo 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 und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront Heute werden wir mal wieder versuchen mit der EE3 hier ähm und auch Zielschuss ähm ein bisschen zu ärgern Ja oh hier ist Darth Maul Ein bisschen versuchen wir heute mal wieder ähm die imperialen Leute aufzumischen In der letzten Folge ja auch Walker's Souls Ich werde jetzt auch öfter Walker's Souls spielen einfach weil es äh ich werde mich auf die Modi beschränken Die am besten sind sind natürlich Helden vs. Schurkenstar ähm Vorherrschaft Oh ja Oh Ahahaha So ein Lappen und ich bedanke mich äh jetzt schon mal fürs Zusehen Da 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 leften Und wir sind mein Lieblingscharakter heute Was? Was? Was ist los? So So Stellt euch vor wir wären jetzt down gegangen das wäre EA gewesen Nein Schutzschule ist weg Feind erfasst mich. Ja. 67 HP nur noch. Wir kriegen hier richtig... Wir werden hier richtig bombardiert. Jo, es backt! Weiß ich hier drücken, Leersicht. Ich komme! Die Perigale Einheit rücken in die Zolle vor! Du hast verloren! Du hast auch verloren. Ja, da holen wir ein paar Typen weg. Da haben wir eine ganze Reihe von Rebellanten weggeholt. Ja. Ja. Wir haben nichts mehr. Gar nichts. Wir haben gar nichts mehr. Wir kommen gar nicht raus! Weg! Noch geholt. Aber... Zwing mich nicht, dich zu töten! Ah! Was? Ach komm! Na gut! Ist egal, wir wären eh down gegangen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig nice Nummer. Kann man nicht anders sagen. So muss das auch laufen. Oder so läuft das, wenn man Glück hat. ATS-T geht down. Aha! Ja, okay. Wir haben... Definitiv habe ich die hier sehr, sehr geärgert. Und das ist natürlich auch Glück. Die Schilder des Kampfläufers sind aufwacht. Schalten ihn aus! Ah, Mist, Mist, Mist! E3! Aber wir sind auf 1! Und ja, das läuft richtig gut. Ich meine, wir waren ja auch Luke Skywalker. Das darf man bei allen dem natürlich auch nicht außer Acht ziehen. Ja, du, Ide ist so ein bisschen sinnlos, aber... Passi! 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 Alles auf den Walker. Die Prinzessin wird euch helfen, diese Sturmtruppen auszuschalten. Noch nix geortet! Vorwärts! Ich glaube, der Zierschuss ist ganz gut. Oh, Mist! Von der T21B genascht Aber wir sind immer noch Erster Wie gesagt, wenn es dann einmal läuft Dann läuft es dann auch Oh, das ist Boba Fett Das ist Boba Fett Ja Konnte Boba leider nicht verwunden Boba räumt natürlich richtig auf War das Boba? Das war Boba Definitiv Aber an welcher Front greife ich sonst an? Boba hat das Ziel erfasst Den habe ich geholt Oh Oh Mann Pech gehabt, aber Oh nein Oh Mann Wurzel Verdammt Das kann nicht wahr sein Und er campt hier immer noch rum Du hast hier jetzt aber auch keine Chance Ah Von nichts werde ich geholt Und der Typ ist über mir Das ist schon wieder lächerlich Hoch 10 Und warum habe ich jetzt Partnerstart gedrückt? Ich wollte es noch nicht mal drücken Seitdem ich bei diesem scheiß Typen spawne Habe ich keinen Kill mehr geholt Das ändert sich jetzt Das ändert sich jetzt So jetzt kommen hier die Kills Ah Verdammt Boba Gin Lane Der ist Schon wieder mein scheiß Partner Zielerfassung des Y-Wing abgeschlossen Schießt er noch einmal rein? War es das? Ja Komm Der muss da nur rein Ich will jetzt nicht beim Partner Ey Danke Das Boba Fett Nö Verdammter Suchtuide Wollt ihr mich verarschen? Wieder rumnervt So Duide zerstört Erziele 25 Kills Kampfmeister jetzt schon abgeschlossen So ich aktiviere So Sehr schön Ja Boba Fett Der muss Komm der Typ Boba kann noch nicht mal zoomen Und trotzdem Och Wollt ihr mich verarschen? Wo wird man hier gespawnt? Jetzt muss ich durch die komplette Map eigentlich laufen Super Attackiere den Kampfläufer Na super Das mach ich nie Weil es sich meiner Meinung nach auch nicht lohnt Okay natürlich musst du den Kampfläufer attackieren Aber Ich finde das Das macht mir dann keinen Spaß Die Kampfläufer Deswegen Die meisten attackieren die Kampfläufer Ich aber nicht Wieder eingeholt Ich dachte gerade Der nimmt mich mit Der AT Oh oh Ja Wie ein Lücke Bunch Für die Anamtsdiesel ZZ überlastet Wahrscheinlich wieder AT-AT ist jetzt schon down Das müssen wir eigentlich schaffen 26 Kills Jetzt Das ist auf jeden Fall überragend Und im Prinzip Bin ich nicht schlecht hier dann Das war gut Ja Passi Ach komm Das lohnt sich jetzt nicht damit aufzuhalten Ach man Boba Fett ist down Puh Das war riskant Aber ich hab's überlebt Er muss sich jetzt regeneraten Oh Mist Er nascht mich da Wieso ist der Typ über mir Okay ist egal Aber AT-AT von Y-Wing Unvisiert War natürlich auch Eine sehr gute Runde mit Luke Och mensern geschnacken Lieber ein Kopf in den Nacken Och Passi Sehe ich Glaubst du dabei Bin ich zu Dummy für Glaubst du echt Du kannst Mich Besiegen Wenn ja Hast du recht Man kann mich besiegen Ist auf jeden Fall Aber eine krasse Runde Geht raus Er wurde in der Nähe Eurer Position gesehen Sehr schön Karten Erneuerung Das war Gerade extrem effizient Hallo Er backt rum Ich kann nichts mehr machen Er ist einfach nur rumgebackt Ich kann Ich konnte echt nichts machen Leute Partnerstart war wieder Krass Wobei Ist vielleicht Oh Mist Den hätte ich holen müssen Na gut 32 Kills Ich bin der erste Der die 30 Kill Marke Nascht Geht raus Spreit wahrscheinlich ab Fahrzeug Geschützt Geht auch raus Ich weiß jetzt nicht Ob ich Glück hatte Aber ist auch egal Ich dachte gerade Das wäre ein A, T Oder S, T Aber das hätte ja Keinen Sinn gemacht Die sind ja für meine Seite gar nicht mal Verfügbar Ja 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 okay Epic Eagle Wir feuern hier immer noch ab Geht raus Ah Mist Das habe ich nicht gesehen Dass die da von hinten Angekamp Angekamp Komm Attackiere den Walker Der Walker Muss eigentlich Down gehen Oh Mann Jetzt habe ich Nicht mehr Glück Gerade verlässt mich Das Glück Sehr schön Wir haben es geschafft Und das ist doch mal Eine Runde hierfür Heutzutage Ja Und dann bedanke ich mich Auch an der Stelle Fürs Zusehen Für diese geniale Runde Die trotz Luke Okay Luke hat Über die Hälfte Fast die Hälfte Der Kills gemacht Trotzdem Wären wir auch so Nicht schlecht Und dann bedanke ich mich Fürs Zusehen Meiste Kills Und ich sage Bis zum nächsten Mal Bis dann Leute Ciao Ich bin froh Tschüss Ich bin froh Ich bin froh Ich bin froh